Steckbriefaufgaben, typisch. Nehmen wir folgenden Fall an. Ingenieure haben einen leitenden Ingenieur verloren, der ist die Brücke runtergesprungen, was weiß ich. Und die Brücke ist schon fertig und zwar erhebt die sich an ihrem höchsten Punkt, genau in der Mitte ist der, sieben Meter über die Fahrbahn. Ja, und die wissen bloß, dass die Brücke insgesamt genau bei 49 Metern Länge gegeben ist. Ja, schön. Die Brücke steht schon und sie wissen auch, dass das eine Parabel ist hier. Das wissen sie. Und jetzt sagen die, Mensch, verflucht, der leitende Ingenieur, den gibt es nicht mehr. Und der hat, weil, wenn wir eine nächste Brücke bauen, brauchen wir eine Formel dazu, der hat die Formel mit ins Grab genommen. So ein Ärger, was können wir tun? Jetzt gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich zeige die mal in verschiedenen Farben. Moment, hier gibt es eine technische Frage. Vielen Dank.